AutoCycle. Wir machen Ihr Fahrzeug geländetauglich. Vom Softroader zum Offroader. Geht es um den Umbau, speziell von VW-Modellen, setzt die AutoCycle GmbH weltweit Akzente. Fahrwerksteile und Konstruktionen aus eigener Ideenschmiede ersetzen serienmäßig eingebaute Teile und werden höchsten Anforderungen gerecht. Wer sich auf schwierig zu befahrendem Untergrund bewegen muss, weiß die praxisorientierten Lösungen von AutoCycle zu schätzen. Ob Forstwirtschaft, Energieversorger oder die Feuerwehr, Kunden aus unterschiedlichen Branchen nutzen das Know-how des Offroad-Spezialisten. Klassische Umbauten wie zum Beispiel des T4 oder T5 sowie Spezialumbauten zum T5 Extreme für den weltweiten Export überzeugen durch vielfältige Eigenschaften, die sowohl in Technik und Funktion als auch in Sachen Belastbarkeit keine Wünsche offen lassen. Unter höchsten Qualitätsaspekten werden die Umbauten in der Werkstatt von Seickel realisiert, wobei ein professionelles Team für Präzision in Perfektion sorgt. Getriebe werden ausgebaut, komplett zerlegt und zum Beispiel Wellen und Gangräder durch Cycle-Innovationen ersetzt. Eine kürzere Achsübersetzung erhöht die Durchzugskraft und ermöglicht somit auch langsames Fahren im Gelände. Schweller- und Aluminium-Unterbodenschutzkonstruktionen für zum Beispiel Motor, Tank, Auspuff oder Hinterachsdifferenzial lassen die Umbauten über unwegsames Gelände rutschen und bieten auf allen Ebenen effektiven Schutz und Sicherheit. Ob bei Wasserdurchfahrten oder für Fahrten im staubigem Gebiet, ausgestattet mit Snorkel oder Zyklonfilter, sind Nutzfahrzeuge von Autocycle für alle Einsatzbereiche optimal gerüstet. Denn das durch Cycle-Spezialfedern und Gasdruckstoßdämpfer höher gelegte Komplettfahrwerk garantiert, insbesondere auch in Kombination mit der entsprechenden Bereifung, maximale Bodenfreiheit und Geländetauglichkeit. Auf dieser Basis wurde der T5 Extreme entwickelt, der alles technische Machbare in sich vereint. Mit zum Beispiel einer Bodenfreiheit von nahezu 40 cm, einer Steigungsfähigkeit bis zu 45 Grad und einem Böschungswinkel von 30 Grad beeindruckt der Bulli-Gigant durch Einzigartigkeit in Technologie und Fahreigenschaften. Er tritt den Beweis für Erfahrung und Kompetenz des Cycle-Teams an, das in vielen Bereichen effizienter Offroad-Umbauten federführend agiert. Und last but not least gehen alle TÜV-beprüften Offroad-Komponenten der zertifizierten Autocycle GmbH in den Versand, was das Unternehmen zum namhaften Partner einer weltweit ansässigen Klientel arrivieren lässt. Autocycle – wir machen Ihr Fahrzeug geländetauglich.